BEWAG ist einer der führenden Kettenhersteller weltweit und hat ein sehr breites und tiefes Sortiment in verschiedenen Hebetechnik-Lösungen. Wir befinden uns hier in Larnberg in Tschechien, hier ist einer der größten Fertigungsstandorte von BEWAG in Europa und hier werden viele Produkte, die wir weltweit verkaufen, produziert. Wir haben eine Automatisierungslösung realisiert an diesem Standort in Warnberg gemeinsam mit FANUC, wo wir einen Schmiederohling bewerten müssen auf Basis von Qualitätsmerkmalen und diese Qualitätsmerkmale können nur mit verschiedenen Kameras realisiert werden, wie es eben auch FANUC anbietet, die in hochauflösender und repetitiver Form eine 100% Kontrolle durchführt. Schmiederohlinge werden angeliefert, die werden an einem gewissen Platz platziert, wir nennen das Blackbox, um Fremdlichteinflüsse auch zu minimieren. Hier kommt zum ersten Mal das FANUC-Produkt oder einer der FANUC-Produkte zum Einsatz. Der Greifer greift in diese Kiste, wir nennen es Pin-Picking-Lösung und er muss definiert das Bauteil greifen. Hier findet die erste Qualitätskontrolle statt und so wird dieses Bauteil, dieser Schmiederohling immer weitergeführt im Prozess, bis er in ein Bearbeitungszentrum übergeben wird. Dort wird er gespannt, dort wird er maschinell spannend gefertigt, wieder entnommen und dann ist der Schmiederohling gefräst und dieser Bauteil ist sozusagen fertig. Von der FANUC haben wir sehr gute Unterstützung. Vorige Woche war hier ein Techniker von der Firma FANUC aus Deutschland. Ich habe auch die Telefongespräche mit unserer FANUC in Tschechien gehabt. Sie helfen uns, die Unterstützung ist super, sofort, ohne Probleme. Die Herausforderung, die PEWAG Engineering in diesem Projekt zu meistern hatte, war vor allem der enge Platz, der zur Verfügung steht, die hohe Teilevielfalt und die Komplexität des Pin-Picking-Prozesses. Bevor die Anlage installiert wurde, wurden sämtliche Prozesse manuell durchgeführt. Das heißt, auch Prozesse betreffend die Qualität lagen in der Hand des Mitarbeiters. All diese Herausforderungen wurden mit der Anlage gelöst. Die hohe Teilevielfalt, die PEWAG abzuarbeiten hat, kann mit dieser Anlage sehr einfach realisiert werden und das Wechseln von einem Teil zum nächsten ist sehr, sehr einfach. Die Lösung, die PEWAG Engineering hier realisiert hat, kann auch für andere Konten sehr, sehr interessant sein. Wir sehen den Pin-Picking-Prozess, das heißt dieses Herausnehmen aus dem Behälter. Ein Prozess, der in sehr, sehr vielen Industrien Anwendung finden kann.